Hallo, ich bin die Dani aus Stuttgart und ich habe das Mastermind-Seminar von Jürgen Palien vor jetzt schon sechs Monaten knapp gemacht in Südafrika. Und ich war anfangs, war ich extrem skeptisch, dass man wirklich Trading innerhalb von vier Tagen lernen kann. Und ich habe dann aber Jürgen kennengelernt und ja, wollte es wirklich unbedingt machen und habe mich dann auch wirklich für das nächstmögliche Seminar entschieden. Ich wollte nicht länger warten, aber das war dann in Südafrika, also bin ich wirklich nach Südafrika geflogen. Und das Erste, was schon mal wirklich der Wahnsinn war, dort vor Ort waren wir wirklich eine ganz kleine Gruppe. Also es waren nur acht bis zehn Leute, glaube ich. Und ich fand es schon extrem inspirierend, weil dort waren Menschen, die waren Unternehmer, die waren Selbstständige, die waren Ärzte. Und das hat mir einfach auch schon wieder gezeigt, dass erfolgreiche Menschen auch immer noch auf der Suche sind nach dem Weg in die finanzielle Freiheit sozusagen. Also doch mehr Zeit für sich und ihr Leben zu haben. Und ich war extrem erstaunt, weil ich die Einzige war dort, die selbst schon mal getradet hatte oder die überhaupt schon mal irgendwie eine Aktie gehandelt hatte. Alle anderen hatten wirklich gar keine Ahnung, die haben bei null angefangen und da fand ich das schon echt erstaunlich. Und dann während dem Kurs wurde es mir klar, denn die Strategien waren wirklich komplett simpel und verständlich. Also Strategien, die sogar ein Kind versteht und handeln kann, unglaublich. Und ja, bei mir war es einfach so, durch das Trading, ich war nie, ich hatte nie diesen bahnbrechenden Erfolg. Und dann wurde mir eben auch klar, warum. Weil ich einfach immer viel zu kompliziert und viel zu komplex gedacht habe. Und also das Seminar an sich war wirklich schon ein Augenöffner und wirklich genial. Und nach dem Seminar finde ich das auch ganz schön, weil es bei uns eine Community gibt, also eine kleine Facebook-Gruppe, wo wir alle vom Seminar quasi mit drin sind und uns gegenseitig nochmal unterstützen können, Fragen stellen können, neue Investmentchancen diskutieren können. Und das hilft einem auch immer extrem weiter, finde ich. Nach dem Seminar habe ich dann circa einen Monat im Demokonto gehandelt und einfach die Strategien zu festigen und für mich nochmal zu lernen. Und dann bin ich ins Echtgeldkonto, ja, umgeswitcht. Und dann ist was passiert, was vielleicht nicht ganz so toll war und zwar bin ich in alte Muster zurückgefallen, also in meinen alten Trading-Stil sozusagen. Und ich habe erstmal ein paar Trades in den Sand gesetzt und habe erstmal 10% Verlust gemacht. Und dann dachte ich wirklich, das gibt es doch nicht. Es waren wirklich aber alte Muster von mir. Ich habe die Strategie nicht hundertprozentig verfolgt. Ich habe den Plan nicht wirklich verfolgt, den wir eben beim Mastermind-Seminar gelernt hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, jetzt reiße ich mich zusammen und gehe wirklich ganz, ganz strikt nach unserer Strategie vom Mastermind und befolge das wirklich. Und dann hat es funktioniert. Also es ist wirklich im Endeffekt explodiert danach. Ich habe mit einem einzigen Trade meinen Verlust komplett reingeholt und noch mehr. Ich habe plötzlich, ja, es hat alles funktioniert. Wenn man sich wirklich ganz strikt an die Strategie hält, dann funktioniert es und man kann nachts ruhig schlafen. Und ja, das hat mir einfach gezeigt, dass man Kopf aus einfach machen und einfach strikt das befolgen, was man gelernt hat. Und es hat, was das Seminar mir eigentlich auch wirklich gezeigt hat, ist, dass einfach nichts unmöglich ist. Also, dass eigentlich kein Traum zu groß ist, den man hat. Und allein das hat für mich schon Welten verändert. Also, das Seminar war für mich ein absoluter Life-Changer. Und im Endeffekt war es für mich die beste Entscheidung meines Lebens, nach Südafrika zu fliegen und das Mastermind-Seminar zu machen. Ich wünschte mir nur, ich hätte es schon früher gemacht. Es hätte mir wirklich viel Geld, viel Zeit und auch viel Frust erspart. Und ich bin einfach extrem dankbar, dass ich die Chance hatte, das zu machen. Und ja, das waren meine Erfahrungen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg.